Der plötzliche Tod der ehemaligen GNTM-Kandidatin Kasia Lehnhardt überschattet die momentan laufende 16. Staffel der Sendung. Die Ex-Freundin von Profikicker Jerome Boateng wurde am 9. Februar tot in ihrer Berliner Wohnung aufgefunden. Die Staatsanwaltschaft ordnete nun eine Obduktion der Leiche an. In den sozialen Netzwerken häufen sich die Spekulationen rund um die mögliche Todesursache. Nun veröffentlichte die ehemalige GNTM-Gewinnerin von 2012, Luisa Hatema, ein intimes Statement über Kasia auf Facebook. Darin beschreibt die 26-Jährige, dass sie Kasia auch nach dem Ende der Show immer wieder getroffen habe und wie sehr sie sie schätzte. Luisa gibt Preis, dass Kasia ihr einmal schrieb, wie enttäuscht und traurig sie darüber sei, dass Menschen heutzutage denken, man kann jederzeit einfach so jeden ersetzen. Am Ende des Posts wird Luisa sehr emotional. Sie war jemand, der von Herzen an die Liebe geglaubt hat. Und nicht einfach mit jemandem zusammengekommen ist, um berühmt zu werden. Das war nie ihr Wunsch. Sie hatte einfach ein Herz aus Gold. Kurz nach der Veröffentlichung des Posts wurde er wieder gelöscht.